Ja, Nationalmannschaft, also das Spiel vom Ergebnis her vielleicht enttäuschend, aber vom Spiel her ja gar nicht so enttäuschend. Also man hat viele gute Sachen gesehen, finde ich. Und ich will es jetzt einfach sagen, weil ich es von Anfang an gesagt habe, bitte nehmt Bayer einfach mit. Also ich habe ihn zwar in einer anderen Rolle gesehen, weil ich dachte eher, er ist der Spieler, wenn wir gegen Spanien 1-0 führen im Viertelfinale und Umschaltsituationen haben wollen. Aber wenn ich das gesehen habe, der hat mir so, also für mich war Bayer in 30 Minuten der Spieler des Spiels. Er hat mir so gut gefallen in allem, was er gemacht hat. Laufwege, Abschlüsse, Vorlagen, Übersicht. Ich fand ihn so gut. Er war auf jeden Fall mutig, hat sich sehr viel zugetraut und hat Deutschland das gegeben, was eigentlich aus der Breite gefehlt hat. Und das ist entweder ein tiefen Lauf oder diagonales Eindribbeln. Das hat in der ersten Halbzeit gefehlt. Wenn du das noch auf dem Platz gehabt hättest, wäre das eine sehr, sehr gute Halbzeit gewesen. Ich glaube, dass du dann 5-4-1 von der Ukraine auch besser knappen kannst. Ja, weil das war ja auch wirklich der größte Anti-Fußball. Also ich frage mich auch, was, also jetzt mal bei aller Liebe, das hat einer bei uns in den Chat geschrieben und das muss ich auch wirklich sagen, was wollten die denn jetzt testen mit diesem Spiel? Äh, gegen, also das kann ich dir genau sagen. Ich glaube, es ging, klar ging es auch darum zu kreieren. Ich glaube, es ging aber ganz klar um Gegenpressing-Momente. Nee, ich meine Ukraine. Ach, Ukraine meinst du? Äh, die standen mit einer 5er- und einer 4er-Kette 10 Meter vorm eigenen Strafraum. Was ist denn das? Die sind auch bei der EM dabei. Was wollten die denn da testen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Schöne Grüße an Simon, also Broski. Der hatte die ja, glaube ich, in seiner Prediction auf Platz 1, ne? Ukraine in der Gruppe. Sicherlich. Die sind, wie sind die mit Belgien, glaube ich, ne? Ich muss noch mal kurz nachgucken. Aber die sind auf jeden Fall nicht in der Todesgruppe. Die sind doch, ja, die haben Belgien, Slowakei, Rumänien, Ukraine, okay. Aber Belgien. Belgien ist ja sowieso immer so eine Mannschaft, dem man anscheinend viel zu viel zutraut. Aber die haben aber einen geilen Kader, ne? Die müssen Erster werden, Alter. Also bei aller Liebe, wenn die da nicht Erster werden, dann weiß ich auch nicht mehr. Und die haben die geilsten Trikots. Aber das Einzige, was echt die brechen könnte, wäre die Verteidigung, ne? Ja, aber sorry, die Verteidigung gegen Rumänien, Slowakei, okay, gegen Ukraine kann die Verteidigung nicht wirklich brechen, weil die Umschaltsituationen über beispielsweise Mudrik wirklich gefährlich werden können. Aber das muss doch ausreichen für Rumänien oder Slowakei. Aber Belgien will selber eher umschalten, ne? Ja, da bin ich mal gespannt. Haben die immer noch Tedesco? Aber die haben einfach, guck mal, die haben auf dem Flügel, aber der hat gestern nicht gespielt, Doku haben die. Ja. Die haben Carrasco, die haben Bakayoko vom PSW, Openda, Luke Bakio ist nominiert, Trossard, die auf der Bräune. Mann, das ist zu krass, wirklich. Also bei aller Liebe. Mangala und Onana im Zentrum. Aber Slowakei hat ein paar Spieler, die ich auch interessant finde. Da sind viele Bundesliga- beziehungsweise ehemalige Bundesligaspieler dabei. Die haben unter anderem Skrinja, dann haben sie Pekarik, den ewigen Pekarik, sie haben André Duda, Matto Spero von Bochum, Laszlo Benesch vom HSV. Die haben auch ein paar interessante Spieler. Lobotka. Die haben aber keinen Stürmer, ne? Ja, das wird schwer. Schade, dass bei denen nicht Szeszko spielt. Der spielt bei Slowenien. Stimmt, es sind auch, Serbien hat auch einen guten Kader, glaube ich, ne? Serbien dabei? Ja, Serbien ist dabei. Serbien hat aber, ist in der Gruppe mit Slowenien. So, wen hat ein Serbien? Guck mal, die haben Petrovic von Chelsea im Tor. Die haben, also mal, okay, Verteidigung, also Milenkovic von Florenz ist gut und, aber gut, Pavlovic ist auch, er ist schon unangenehm. Sie haben Milinkovic, Savic, sie haben Lazar Samadzic, sie haben Ilic, Tadic, Tadic, Filip Kostic, Mitrovic, ich weiß nicht, was er jetzt macht, der ist auch in Saudi-Arabien, aber Mitrovic war eigentlich auch ein geiler Spiel. Blaovic, Jovic, Gacinovic spielt immer noch einfach, krass. Ist auch jetzt 29, was? Das ist kein schlechter Kader. Der ist gut, aber nur die Außenverteidiger sind irgendwie ein bisschen dünn, ne? Mladenovic, haben die überhaupt, die haben gar keinen Rechtsverteidiger nominiert. Die gehen mit einem Außenverteidiger ins Turnier, spielen mit Flügelverteidigern, also Dreierkett, mit Kostic links, spielen dann rechts, Weiß das der Chat? Spiel in die Dreierkette? Da kann ich auch gar nichts zu sagen, aber, nochmal zu Deutschland zurückzukommen. Ja, sorry, voll abgerutscht. War, ja, eigentlich in den Ansätzen gut, es macht halt auch keinen Bock, also ganz bei aller Liebe, es macht halt auch einfach keinen Spaß, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die einfach wirklich nichts anderes macht, als tief zu stehen und auf Umschaltsituationen zu vertrauen, außer zwei, drei Situationen, gerade am Anfang, finde ich, haben sie die Umschaltsituation auch gut in den Griff bekommen. In so einem Spiel brauchst du dann vielleicht schon ein bisschen Breite, also da wird es dann wirklich, wirklich schwierig, wenn du alle drei auf dem Platz haben willst, also Gündogan, Würz und Musiala kannst du ja eh nicht rausnehmen, aber das wird dann halt einfach schwierig. Das hast du ja in der zweiten Halbzeit gesehen, mit Bayer und auch mit Führig, dass dann Chancen entstehen können, ne? Ja, stimmt schon. Also ich bleibe halt dabei, das hat jetzt, ich wiederhole das auch nochmal, ich habe es auch getweetet, das hat per se nichts mit Ilka Gündogan's Qualität zu tun, die er als Spieler hat, ne? Das sowieso nicht, aber die, also das hat er ja dann auch perfekt so umgestellt, aber in so einem Spiel bringt es dir halt nichts, dass sie da auf dem Bierdeckel zu dritt acht Leute auskombinieren können. Ne, ich sage dir, was das große Problem dabei war, das hat mich auch in der ersten Halbzeit ein bisschen gestört, dadurch, dass du halt mit ein, drei, also du spielst ja sowieso mit diesem Prinzip minimaler Breite, weil du halt sehr schnell ins Gegenpressing kommst, also das ist ja wirklich die Abläufe. Und das war auch gut, das war auch gut. Oder an den Ansätzen. Das war nicht nur gut, das war brutal, Alter, das war, die haben die teilweise mit dem eigenen Innenverteidiger, im gegnerischen 16er, sind die zugelaufen und die Räume waren so klein, die waren so scharf auf die zweiten Bälle. Ich fand das dafür, dass das die, wievielte, der wievielte Lehrgang jetzt ist unter Nagelsmann, der sechste oder so? Schon so viele? Kann sein, ja, aber ich dachte weniger. Also mit, ne, warte mal, vier, ne, vierte ist es, vierte Lehrgang, glaube ich, vierte unter Nagelsmann und dafür, dass es der vierte Lehrgang ist, war das Pressing gegen Pressing so brutal und da gehört auch Ilker Gündogan übrigens mit rein, weil der war gegen den Ball in der ersten Halbzeit brutal gut. Ja, stimmt, also gegen den Ball war er gut, aber das bringt dir, ähm, das kann in einem anderen Spiel auch wieder anders aussehen, aber in Gegene, gegen, was haben die gespielt? Fünf, was haben die gespielt für ein System? Fünf, vier, eins? Ukraine? Ja. Ja, fünf, vier, eins. Fünf, vier, eins. Das so tief steht, bringt es dir halt nicht so viel, weil du hast gesehen, die einzigen Torchancen, die wir in der ersten Halbzeit kreiert haben, weil wir eben nicht diese Breite hatten, waren ja im Endeffekt Flanken und wenn dann neben Havertz Gündoan den Strafraum flutet, ja, dann wirst du halt die Torchancen nicht kreieren, aus meiner Sicht. Gündoan ist halt, der hat in der Nationalmannschaft halt echt immer das Pech, dass für seine Position, egal wo, das könnte auch defensiver sein, immer ein besserer Spieler einfach gerade parat ist. Also er könnte ja auch die Großposition einnehmen. Ja, da bin ich, also das ist auch mein Take. Ich würde übrigens, also ich muss da ein bisschen widersprechen, dass ich finde es situativ okay, und ich finde Nagelsmann hat es auch gut begründet, nach dem Spiel, wo er gesagt hat, es ist okay, auf Flanken zu spielen, wenn du ein Tor brauchst unbedingt am Ende, aber es ist nicht die Lösung, gegen 5-4-1 einfach wahllos Flanken reinzuschlagen, sondern da geht es halt darum, und ich finde, das haben sie eher verpasst. Die gefährlichsten Chancen hatte Deutschland, wenn sie enge Räume, also in kleinen Räumen aufgelöst haben, über Pärchenbildung, wird es muss, ja, da war er halt brutal, in so zwei, drei Situationen. Also die verstehen sich schon. Gündogan war auch nicht schlecht, Also wenn der teilweise, der hat dann, der hat dann auf kleinen Räumen, wenn, der hat den letzten Pass manchmal, oder den letzten Kontakt, das war nicht gut in dem Spiel, aber du kannst so einen kompakten Block nur knacken, nicht über Flanken und Zufallsprodukte, das ist nicht das, was du mit dieser Mannschaft machst, sondern, das machst du, das hat er ja versucht, wenn du einen, einen Halbzehner quasi, aus dieser Positionsrotation, schiebst du in die Breite, weil häufig Würz, der dann rechts, so halbrechts, in so eine Halb-Halb-Position rausgekippt ist und dann immer wieder diagonal eingedribbelt ist, damit du dann in diese engen Räume reinkommst. Das Problem ist, das hat mich in dem Spiel gestört, das ist eine Timingfrage, also du hattest häufig, Würz und Musiala beide in so einer Halb-Halb-Position mit größeren Abständen und dann hattest du eher Pärchenbildung, Kimmich, Musiala zum Beispiel auf der einen Seite und dann kriegst du diese, kriegst du die diagonalen Einläufer nicht so gut und du hast zu große Abstände, dann oft zu eng Räumen, um das kurz, kurz, also mit zwei Kontakten auch zu lösen und dementsprechend glaube ich... Also stimme ich dir zu, aber wenn wir jetzt von der ersten Halbzeit reden, es wird dann halt umso schwerer, wenn du da Gündogan, Würz auf der Halb-Linken, Musiala auf der halb-rechten Position hast und deswegen wurde es ja dann einfacher, als du Bayer und Führig hattest. Führig hatte jetzt auch nicht unfassbar viele Aktionen, aber ich erinnere mich an eine Situation, wo, ich glaube, mit Mittelstädt ist er da, da bindet er zwei Gegenspieler und sucht dann eine Bewegung nach hinten und eine Bewegung nach vorne und sucht dann den tiefen Lauf. Das ist halt auch nichts, was den Würz normalerweise gibt. Also verstehe mich nicht falsch, ich würde Gündogan auch rausnehmen. Also ich will auch ein Eins-gegen-eins-Spieler in der Breite haben, weil ich finde, du brauchst Würz und Musiala, also du kannst immer wieder, ich habe es ja vorhin an der Tafel gesagt, du hast ja Toni Kroos, der immer abkippt kurz, also links abkippt und dann hast du immer wieder kurz abkippen, nach vorne auffüllen. Wenn du das schaffst mit Würz und Musiala, dass sie immer nur kurz abkippen, nach vorne wieder in die kleinen Räume kommen und dann mit engen Abständen in kleinen Räumen quasi kurz, kurz auflösen und du rechts oder links, seit ist mir eigentlich relativ egal, wenn du eins gegen eins spielst, der diagonal ein dribbelt und ein bis zwei Gegenspieler bindet, dann werden aus kleinen Räumen manchmal große Räume und dann ist es eine Timingfrage. Und wenn du dann noch jemanden hast und deswegen kommt mir Harvards auch zu schlecht weg, der macht zwar useless Tiefenläufe in dem Spiel, weil die Abstände nicht gepasst haben, aber per se ist es ja so, dass das ja dann voll gut ist. Also wenn du diagonalen Einläufe hast, ein kleiner Raum wird kurzzeitig groß und du ziehst noch einen Innenverteidiger mit, dann ist das auf einmal ein Riesenraum in einem 5-4-1-Block. Und dafür ist halt Harvards wichtig und deswegen macht es auch Sinn und ich finde Julian Nagelsmann das wie gesagt gut begründet, weil er auch gesagt hat, ey, wir wollen gar nicht auf Flanken spielen, weil das ist auch prinzipiell nicht die Qualität dieser Mannschaft und da stimme ich ihm auch zu. Safe nicht und deswegen braucht man, auch wenn er ein super Stürmer ist, in dem System auch gar nicht über den Völkruck nachdenken. Also wir wollen das ja so gar nicht und das, was Harvards gemacht hat, war in dem Spiel unauffällig, aber bei aller Liebe, er war da gegen fünf Innenverteidiger, direkt davor stand, nochmal eine Viererkette und trotzdem hat er, er war unauffällig, aber er hat es ja nicht schlecht gemacht. Das, was er machen konnte, wie du es gerade gesagt hast, auch Räume teilweise reißen. Ich fand ihn auch mit dem Rücken zum Gegenspieler ist er auch nicht so schlecht gewesen. Er war halt unauffällig, aber in so einem Spiel bringt, also so wie wir unter Nagelsmann spielen wollen, bringt ja ein Völkruck sowieso nichts. Nee, also gegen so einen tiefen Block auf gar keinen Fall. Also nochmal, den kannst du bringen, wenn du in so einem Spiel, du liegst 1-0 hinten oder steht 0-0 und du brauchst unbedingt ein Tor. Weil K.O.-Spiel oder so. K.O.-Spiel, was weiß ich, und du willst ab der 80. Minute drücken, dann wechselst du von mir aus links David Raum ein, hast dann rechts Kimmich und ballerst die ganze Zeit einfach nur wahllos Flanken in 16er. Und flutest die ganze Zeit die Box. Aber in so einem Spiel brauchst du doch nicht Niklas Völkruck. Nee, aber weißt du, was mein Problem ist? Mein Problem ist, wen lassen die jetzt zu Hause? Robin Koch? Ja. Wie noch? Brian Gruder hat sich ja von selber erledigt, Rocco Reitz auch, sind beide abgereist. Ja, aber eigentlich wäre Gruder gar nicht so schlecht für solche Gegner. Bei mir ist der mit drin. Also ich hätte den auch, also hätte der sich nicht verletzt, glaube ich, hätte der vielleicht doch eine realistische Chance gehabt, mitzufahren. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Der muss doch dann jetzt prinzipiell nur noch einstreichen, oder? Er hat 27 dabei, Gruder und Reitz sind draus. Einen noch. Und dann Koch. Nee, die hat ja doch, also sorry, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die hat ja doch nachträglich dazugeholt, oder? Ich glaube, er muss noch einen streichen. Du hast, er hat 27 nominiert und zwei dazugeholt. Das heißt, du bist bei 29, zwei reisen sowieso ab, plus Koch, der rausgeht, dann bist du bei 26 Mann, oder bin ich jetzt bescheuert? Stimmt das so? Nur Koch, okay. Ja, okay. Dann kannst du Koch wegnehmen. Weil sonst wäre ich wieder, auch wenn es voll gemein ist, und ich nicht das meine, was der Großteil der Leute meint, aber sonst wäre ich wieder bei Gündogan gelandet, weil ich zum Beispiel groß, unfassbar krass fand. Ja, aber du kannst doch nicht, also fernab davon. Er kann es ja nicht machen. Aber pass auf, Uli war im Stadion, also war im Stadion, hat gesagt, Benni, ich sage es dir, die Nationalspieler, wenn Ilkay Gündogan redet, dann halten die die Fresse. Dann ist es ja einfach, das ist einfach, das ist in der Kabine und auch im Platz, das ist eine ultra Respektsperson. Und die Spieler gucken auch, es gibt viele, die zu dem aufgucken in der Mannschaft. Aber das Krasse ist auch, er hat heute auch, oder heute oder gestern, habe ich irgendein Zitat von ihm gelesen, wo er gesagt hat, dass ein Kapitän immer spielen muss, ist eh veraltet oder irgendwie so. Stimmt ja auch. Ja, ist ja auch so. Aber wo er das selber schon mal so ein bisschen, also er ist jetzt glaube ich kein Typ, der dann Stunk macht, wenn er nicht spielt, weil der, wenn Sané fit ist, sagen wir es einfach, Kind beim Namen, dann darf der eigentlich nicht spielen. Es gibt, es wird immer wieder Gegner geben, wo du Ilkay Gündogan brauchst. Der hat immer noch nach wie vor, wenn du nicht unbedingt gegen einen 5-4-1 verteidigst, hat er gute Tiefenläufe in den 16er. Also die sind nicht mehr so gut wie zu City. Er wirkt nicht mehr ganz so agil, ne? Nee, das nicht, aber er spielt ja auch eine andere Rolle, ne? Bei Barca. Also er spielt noch eine andere Rolle wie zu den besten City-Zeiten und dass du da nicht in den Abläufen bist, ist ganz klar, aber der hat das schon in, also der hat das schon drauf, dass der nochmal, also der wird dir gegen einen kompakten Block, der vielleicht zum Beispiel einen 5-3-2 verteidigt, wo du dann vielleicht im 8er-6er, gegnerischen 8er-6er-Raum mehr Platz hast, wird der dir auf jeden Fall noch was geben können. Aber halt nicht für jedes Spiel, deswegen ist ja gut, dass du Rollen ganz klar zugeteilt hast. Würdest du, wenn wir jetzt von den meisten Spielen sprechen, sagst du ja auch, brauchst du einen Spieler wie Sané, der 1-gegen-1-Situationen löst und auch mit Tempo in die Tiefe geht, wie würdest du die drei Spieler aufstellen, wenn alle perfekt fit sind? Üblicherweise, okay, es kommt auch immer auf den Gegner an, aber würdest du, Würz ins Zentrum stellen, Musiala links und Sané rechts, würdest du Sané ins Zentrum stellen, links Würz, rechts Musiala oder wie würdest du es machen? Ist das nicht, äh, ist das nicht, also, ist das eigentlich nicht relevant, oder? Für, also es wäre ja sowieso, es wird ja sowieso Sané in der Breite spielen und Würz und Musiala dann im Zentrum. Also, wer wie wo, also, ist das nicht eigentlich in der Grundformation egal? Prinzipiell? Also, wenn alle drei spielen, ist doch egal, oder? Oder wie, also, wie meinst du, wie meinst du das jetzt genau? Naja, wenn, also Würz ist ja jetzt beispielsweise, natürlich war er auch sehr zentral orientiert und hat sich da da auch fast schon auf einer Doppelszene mit Musiala dann die Bälle verteilt, aber er war ja schon jemand, der dann auch links als Anspielstation für Mittelstädt gelten muss. Ach so meinst du das? Okay, so, ach so meine ich das. Dann wirst du, also in der Anordnung, wirst du dann eher, ah jetzt, ich dachte gerade, hä, Grundformation, jetzt habe ich es gecheckt. Okay, dann habe ich Würz halb links, Musiala ein bisschen zentraler und rechts habe ich Sané. Also, dann hast du so in der Grundformation links Würz, zentral Musiala, rechts Sané. Und das dann beide so ein bisschen einrücken, dass du, weil ich finde, Flo, Würz besser, wenn er diagonal eindribbelt, aus dem Druck raus und dann wieder in den Druck rein. Und Musiala hast du lieber zentral? Ja, 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 den habe ich lieber zentral, weil der ist, glaube ich, es geht dann ja auch wieder viel um Pärchenbildung, also wenn der mal situativ halbrechts rausgeht, das Zusammenspiel mit Kimmich kann schon funktionieren, also wenn die so in so einem Wechselspiel sind, wenn Kimmich eher in so eine Halbposition einschiebt, dann hast du es wieder, dass die so tauschen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Was sagst du taktisch zu Kimmich? Mir hat der irgendwie, muss ich ehrlich sagen, nicht so gut gefallen im letzten Jahr. Wir sind halt wieder bei dem selben Thema, dass Kimmich diese Rolle spielen muss, weil Gündogan in dem Spiel im Zentrum steht. Also ich nehme mal Gündogan aus der Rechnung raus, nimm Sané oder Gruder oder Bayer mit rein, dann hast du ja einen anderen Spieler an der Breite und brauchst einen mehr im Zentrum, der aus einer ein bisschen tieferen Position aufbaut. Dann habe ich halt Kimmich gerne auf so einer Halbposition, aber so musste er halt permanent in der Breite spielen. Und ich fand, also was war für dich ausschlaggebend, dass er nicht gut war, weil ich finde, er hat keine Fehler gemacht. Er hat keine Fehler gemacht, aber er war für mich viel zu unauffällig. Also was will ich damit sagen? Kimmich ist für mich eigentlich, der kann dir so einen Mehrwert geben und er muss mehr... Was hätte er in der Rolle anders machen sollen? Also ich finde, das ist halt die Frage. Also er hat die klare Rolle Außenverteidiger... Was hätte er dann auch anders machen können? Mir gefällt bei ihm nicht, dass er... Das kann jetzt auch an dem Spiel gelegen haben. Ich finde, er hat es defensiv jetzt nicht so schlecht gemacht. Muss er erst mal machen gegen Mudrik. Aber im Ballbesitz ist er für mich zu verschleppend. Ich kann dir das nicht erklären. Ja, ich verstehe, viele Kontakte, ne? Ja, genau. Voll oft dachte ich, wenn du es jetzt mal schnell machst, dann kann es vielleicht gefährlich werden. Aber er wartet regelrecht darauf, dass wieder diese Fünfer- und Viererkette steht. Also gegen Ukraine jetzt. Ich verstehe, was du meinst. Das hat mich irgendwie gestört. Das fand ich zum Beispiel bei Mittelstadt anders. Ja, ich glaube, das ist aber ein generelles Thema bei Kimmich. Das ist ja auch bei Bayern so. Das ist ja also einer der Gründe, warum... Also ich finde, wenn Kimmich als Spieler, wenn du einen Kritikpunkt hast, finde ich, hat keinen perfekten ersten Kontakt. Ich finde, das fällt mir immer wieder bei ihm auf, wenn er mit sehr viel Druck angespielt wird. Und das war auf der Sechs teilweise tödlich. Finde ich, hat er keinen perfekten ersten Kontakt. Und ich habe auch das Gefühl, da gebe ich dir vollkommen recht, dass der teilweise zu viele Kontakte braucht, um das Spiel zu gestalten. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass wenn er den zweiten, dritten Kontakt wählt, dass er darauf hofft, dass alle tief gehen, damit er den Chipball hinter die Kette spielen kann. Weil das ist ja so sein Ding, was er immer macht. Das kann sein Markenzeichen, ja. Aber das ist halt schwer. Also ich verstehe, was du meinst, weil du dann sagst, okay, ist halt nervig, wenn er als... Ich finde, als Außenverteidiger, finde ich, war es... Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, weil er irgendwie wegen seiner Rolle, die er da gespielt hat, nichts falsch gemacht hat. Ich finde, da musst du in der Breite nicht so krass auffallen. Ich würde ihn halt anders definieren, wenn er so im Zentrum gespielt hätte. Dann wäre es mir auch zu wenig gewesen. Aber so ist halt die Rolle, fand ich, hat er sie gut ausgefüllt. Es kommt ja auch darauf an, ich weiß ja nicht, was der Plan von Nagelsmann ist, aber ich fand Mittelstädt deutlich mit mehr Akzenten nach vorne. Aber es kann ja auch sein, dass du sagst, ey, Kimmich, du bist gegen Joshua, du bist gegen Mudrik. Konzentrier dich heute erstmal darum, dass defensiv nicht zu viel passiert und wir versuchen es eher über die linke Seite. Aber groß fand ich sehr stark, weil ich wirklich einfach immer wieder mal sehe, was die Premier League auch mit ihm gemacht hat. Der ist so unfassbar ballsicher, das ist unglaublich. Also, das sind immer nur Nuancen, aber wenn ich mich dann bei einem Spieler aufrege und das passiert dann auch oft bei Mittelstädt zum Beispiel, der spielt dann einen 7-Meter-Pass im falschen Fuß oder einen halben Meter neben dem Fuß und bei ihm ist alles immer on point, Alter. That's the difference, ne? Also, das ist halt dann der Unterschied auf dem Level einfach nochmal, ne? Also, ich finde, Mittelstädt, wo der sehr gut drin ist, ist mit dem ersten Kontakt irgendwie, ich finde, der ist ja viel besser geworden. Also, so, wenn er den ersten Kontakt direkt diagonal reinspielt, finde ich sehr viel, viel, viel besser. Der ist in vielen Sachen besser geworden. Der ist besser geworden im Flanken, er ist besser geworden in diesen, wenn er selber schon in der gegnerischen Hälfte ist, in diesen flachen, diagonalen Bällen Richtung, ich weiß nicht, wie man das nennt, 16er Kreis, da ist er auch, er ist in unfassbar vielen Sachen besser geworden. Ich habe jetzt nur das Beispiel genommen, weil diese Ballsicherheit von Groß wirklich so einer Gleichung ist. Krass, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Ja. Ich fand, Paul schreibt, ich fand, Groß war der schlechteste, schwächste, äh, schwächste, Alter. Ich fand, der war der Beste tatsächlich auf dem Platz. Also, ernsthaft. Also, gerade in der ersten Halbzeit, ich weiß, das ist ja nicht das Ziel von Nagelsmann, aber alleine, da siehst du diese Ballsicherheit, diese Flanken, die waren, also, Butter weicher geht's wirklich nicht mehr. Der hat so ein... Die Chipper auf dem Zweiten, ne? Ey. Das ist so krass. Ja, ich weiß... Und auch wenn es nur drei Meter Pässe waren, aber jeder drei Meter Pass, Passschärfe, in welchen Fuß spiele ich, ist immer perfekt. Ich finde bei, also, Pascal Groß ist da, das wäre genau das gleiche Thema, wie bei Toni Groß, das hat halt alles einen Zweck. Jeder, das ist kein Useless, das ist halt kein Useless Pass, ne? Also, der hat, hat der, das würde mich mal, das würde mich mal interessieren. Hat der einen Fehlpass gespielt? Weiß ich jetzt nicht. Bestimmt hat der irgendeinen Fehlpass gespielt, aber... Also, Flach, ich habe das Gefühl, der hat keinen Fehlpass gespielt, keinen einzigen. Das Ding ist, er, man, es gibt ja immer so Spieler, die dann halt nur drei Meter Pässe spielen, aber das macht er ja auch nicht. Und der ist auch so clever, guck mal, er hat, er hat so einen nicht vorhandenen Antritt, aber seine Körpertäuschung und seine Bewegung zum Ball sind dann so clever. Weil ich habe drei, vier Situationen gesehen, wo ich so dachte, boah, ist der langsam. Aber wie clever er den Gegenspieler ins Leere laufen hat lassen durch eine Bewegung, das ist einfach wirklich krass. Ich muss mir jetzt, ich gucke gerade mal, warte, der hatte... Also, Julian schreibt 135 von 137. Wobei das schon ein sehr hoher Wert wäre. Ja, 97% Passquote, drei Key Passes, vier von vier Langbällen sind angekommen, eine Großchance kreiert. War auch defensiv gut. Ja, Sofa-Score sagt auch 130 von... Aber 130 Pässe ist ja auch schon mal eine Ansage. Ja, und ich würde jetzt mal gerne seine... Es gibt leider keine Heatmap mehr hier. Aber der ist schon krass. Der ist schon krass. Der ist schon, der ist so underrated. Ich finde auch, also, liegt wahrscheinlich daran, dass da normalerweise Großspiel, da ist ein anderes Level mit Seitenverlagerung etc. Aber du brauchtest ja auch von der Sechs da keine Seitenverlagerung in dem Spiel. Da wäre eh nichts angekommen. Seitenverlagerung brauchst du, wenn der Gegner dich ein bisschen anpresst. Aber das haben die ja gar nicht gemacht. Nee. Also, so tief, wie die gestanden haben, dann hätte bei einer Seitenverlagerung, wäre es ja immer darauf hinausgelaufen, wer hat rechts gespielt, das muss ja alle ans Kopf, weil der Duell geht. Ja, voll. Also, Seitenverlagerung brauchst du maximal, also, hier gegen Frankreich waren die Großverlagerungen Gold wert, also aus dem Druck raus. Aber gegen 5-4-1 brauchst du keine Seitenverlagerung. Da brauchst du flache Seitenverlagerung. Und da fand ich, war Groß sehr gut als Anspielstation. Also, der hat ja das Spiel nicht verschleppt, sondern der hatte ein gutes Timing für erster Kontakt weiter, zweiten, dritten Kontakt weben, Pressing, Triggern. Also, ich fand, der war der beste Spiel auf dem Platz. Ich fand den auch richtig gut. Für mich war Bayer der beste Spieler, aber der muss auf jeden Fall mit. Ich fand Anton auch richtig gut. Ich finde, man merkt bei ihm noch, ich weiß nicht, wie du es siehst, er ist noch nicht, kann er ja auch nicht sein, aber er ist noch nicht so selbstbewusst wie bei Stuttgart. Bei Stuttgart traut er sich noch ein paar Sachen mehr, aber ich fand ihn sehr souverän. Wie fandest du ihn? Ja, also die ersten zehn Minuten ein bisschen fickerig. Ja, diese zwei, drei Umschaltsituationen da auch, ne? Der hat so eine geile, der hat so eine geile Flanke einmal geschlagen, so komplett ohne Not, nach zehn Minuten oder so einmal voll auf die, ja, aber der war gut. Die Flanke war ungefähr so wie der Freistoß von Andrich. Ja, der war auch bodenlos. Also, der war, also der war wirklich eine Frechheit. Der war weder, der war nicht hart, geschlänzt in die Torwartecke und dann noch zehn Meter drüber. Ja, das war bodenlos. Ich muss übrigens ganz kurz, ich muss mein Telefonat einmal ganz kurz hier. Mach mal dein Telefonat, ich rede so lange mit dem Chat. Anton fand ich fast stärker als Tar, fand ich auch. Ich fand den richtig gut. Also, wie gesagt, nicht so selbstbewusst wie bei Stuttgart, aber ich fand den auch richtig gut. Ähm... Tim Walter ruft... Hahaha, genau. Das können wir gleich mal sagen. Tim Walter ruft ihn an. Sicherlich. Was ich noch interessant finde und mich natürlich auch sehr freut, da möchte ich gleich auch nochmal mit Benni drüber sprechen. Kevin Stöger zu Gladbach. Boah, ist das ein geiler Transfer für Gladbach. Also, so ein geiler Spieler. Führig und Mittelstädt zusammen waren wieder stark. Ja, gefällt. Ach so, Benni geht nach, geht zu High City, ist klar. Sehr guter Stream heute, danke. Danke für die netten Worte, Berlin Subs. Ist halt schon, ich dachte, er ist 30. Kevin Stöger ist ja schon 31. Kevin Stöger hat eigentlich viel zu wenig aus seiner Karriere gemacht, Alter. Ist der schon 31? Ne, der ist 30. Also, jetzt mach ich ihn nicht älter, als er ist. Er wird erst am 27. 8., also er ist Löwe. Wie ich, wird er erst 31. Ablösefreiheit, nicht für Nüsse. Ja, okay, aber denkst du jetzt, Kevin Stöger ist unbezahlbar in der Signing-Fee. Wird halt schwierig, wenn Gladbach weiter nur kontert. Gerade im Kombi mit Neuhaus und Weigel werden die halt aufgefressen. Ja, aber Stöger kann ja auch damit umgehen, wenn du Umschaltfußball spielst. Das hast du ja in Bochum gesehen. Mein Stöger ist einfach ein Unterschiedspieler des Grauens. Ich bin einfach nur froh, dass er nicht bei Union gelandet ist. Du musst Benni ein, oh, das muss ich eigentlich zu seinem Geburtstag haben. Ich muss noch mal kurz nachgucken, wann Benni Geburtstag hat. Eigentlich muss ich ihm ein High City Trikot holen mit der Nummer 1 und Tim Wald. Ich schreibe dann einfach Tim Wald darauf. Ich gucke mal kurz, wann Benni Geburtstag hat. Ich trage, oh, hoffentlich habe ich es eingetragen. Ich trage es eigentlich immer ein. Es gibt ja kein Facebook mehr. Hier habe ich es nicht. Ah doch, ich habe es eingetragen. Boah, das muss so, wenn er da noch Trainer ist. Ich sage nicht sein Geburtsdatum, aber ich sage, Benni hat im November Geburtstag. Wenn er da noch Trainer von High City ist, dann muss das eigentlich kommen. So ein gelbes Tim Walter Trikot mit der 1 hinten drauf. Die neuen Spielpläne hat vorhin Dennis reingeschrieben. Ich glaube, 4.7. oder 3.7. kommen die Spielpläne 1. bis 3. Liga. 27. 8. Löwe, das ist Jungfrau. Bis wann geht ein Löwe? Mein bester Freund hat auch Ende August, der ist auch noch Löwe. Da bin ich wieder. Ich habe gerade mit dem Chat besprochen, also, falls Tim Walter an deinem Geburtstag noch High City Trainer ist, werde ich dir ein Tim Walter Trikot mit der 1 von High City holen. Alter. Die meinten, du hast zu wenig Werbung gemacht heute. Ich mache auch keine Werbung mehr. Habt ihr Pech jetzt? Aber jetzt ist er bei High City. Tim Walter Trikot mit 69 ist auch gut. Aber das wird wahrscheinlich nicht verkauft. Warum? Das ist verboten. Das ist zu sexuell. Was sagst du zum Kevin Stöger Transfer zu Gladbach? Ich bin so froh, dass er nicht zur Union gegangen ist, Alter. Ich hoffe, dass ich die Story auch immer mal erzählen kann, was da im Winter abging. Habt ihr es ja erzählt, ne? Ja. Ey. Naja. Guter Transfer von Gladbach. Unterschiedsspieler, ne? underratedser Spieler der ganzen Bundesliga-Saison. Safe. Wie krank war er bitte in der Relegation? Das ist ja nicht mehr normal. Na, wie kacke war Düsseldorf bitte auch im Rückspiel. Ja. Also, wie man sich das so aus der Hand nehmen lassen kann, aber du hast dann schon, immer wenn die den Kreis gebildet haben, schon bei der Verlängerung gesehen, boah, das kann eigentlich nichts mehr werden für Düsseldorf, ne? Ja. Ne. Es ist halt total bitter, weil sie hatten, glaube ich, einmal kurz vor dem dritten Tor, glaube ich, hatten sie so eine Dreifach-Chance, ne? Ja. Ja, genau. Es war kurz vor dem Elfmeterschießen sogar, glaube ich. Ja. Ne. Ne. Ne, das war nochmal eine andere. Die hatten nochmal in der 118. auch so eine Dreifach-Chance, wo auf der Linie geklärt wird. Mhm. Ja, es ist halt bitter, weil ich es nicht verstanden habe, dass die gar keine Entlastung mehr reinbekommen haben. Also, die haben sich so in die Hose geschissen nach dem ersten Gegentor. Und der hat ja dann irgendwann, das muss man Heiko Butcher echt lassen, schöne Grüße an Dennis, der hat da eine sehr coole Analyse zugemacht. Der hat ja irgendwann noch so einen Dreieraufbau umgestellt und Stöger, also in der zweiten Halbzeit und Stöger dann so als freies Radikal immer in beiden Halbräumen und da haben die den gar nicht mehr zugreifen bekommen. Es war zu krass, was Stöger da abgerissen hat, auch gegen den Ball teilweise, wo ich so dachte, wie krank ist dieser, der ist so motiviert, als ob es um sein Leben hier gerade geht. Also, so musst du ja auch spielen in der Relegation. Aber der Elfmeter, er tat mir auch wirklich todesleid, Uchida, oder wie heißt der? Nee, Uchino. Weil der tat mir so leid, der ist ja instant zusammengebrochen, hat geheult, ne? Ja, klar. Aber was war, ich schwöre dir, was war das bitte für einen Elfmeter? Das Schlimme ist, ich wusste, als er zum Ball gegangen ist, dass er verschießt. Ja, man hat es ihm so angesehen. Das wusstest du sofort. Das war aber auch ein bodenloser Elfmeter, wirklich. der war absolut bodenlos. Ich würde sagen, weil wir über so viele Themen schon gesprochen haben, lass uns doch einfach noch ein paar Zuschauerfragen machen, die ich ja Q&A angekündigt habe. Schreibt gerne ein paar Zuschauerfragen rein, dann beantworten wir die noch gerne. Ich muss hier gerade mal so untoast mit gar nichts essen, weil ich heute mal nicht übernehme. Ich bin heute noch nicht mal zum Essen gekommen. Das passiert. Ja, passiert leider zu oft in den letzten Wochen. Das passiert, mir passiert es leider nicht so oft, wie man mir auch ansieht. Hey. Ich kriege ja immer Essen hier in den Stream reingereicht. Ich nicht, und da werde ich mich auch direkt gleich mal beschweren. Ja, solltest du auch tun. AdBenny, ist die Champions League eine so eng getaktete Liga, dass es einem klaren System wie dem vom Walter sehr zugute kommt und nicht Matchplan so Matchplan lastig ist? Was? Na, ich verstehe die Frage. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass der Fußball auch ganz gut da reinpasst, weil du damit, bei diesem Rotieren und immer wieder Auffüllen sehr gut dagegen ist, so High Pressing und sehr körperlich robuste Mannschaften zu überspielen und du hast natürlich, dadurch, dass du einfach mehr Spieler hast, hast du natürlich auch einen krasseren Verschleiß, aber du hast doch die Möglichkeit schneller Dinge zu implementieren und es ist glaube ich sowieso einfacher, wenn du den Ball hast, als immer gegen den Ball, wenn du, als wenn du die ganze Zeit nur gegen den Ball arbeiten musst. Also ich finde es, ich finde das sehr gut. Habe ich Champions League gesagt? Ey, das fliegt mir wieder um die Ohren. Habe ich Championship oder Champions League gesagt? Ich habe Champions League gesagt, aber da steht Championship. Ich glaube das schon, weil Tim weiter und in Verbindung mit Champions League werden wir hier um die Ohren geflogen. Deswegen habe ich die Frage auch nicht verstanden, weil ich Champions League gelesen habe. Ach so. Deswegen habe ich die Frage auch nicht verstanden, aber passiert bei mir öfter, obwohl ich eine Brille auf habe. Machst du einen Frag, ist ja eigentlich eine Anschlussfrage dann. Inwieweit sind die zweite Bundesliga und die Championship qualitativ vergleichbar? Gar nicht. Champions League ist qualitativ Einzelspielerqualität deutlich besser. Aber weil sie viel, viel mehr Code haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja nicht vergleichbar. Guck dir mal den Leeds-Kader an oder von Leicester. Da zahlt teilweise, wie viele Teams haben die? 24, glaube ich. Ne, 22? 24. 24. Da zahlt teilweise ein zwölfplatzierter Ablösesummen, die sich bei uns nicht mal eine Mannschaft leisten kann, die in der unteren Tabellenhälfte ist. Ja, das ist krass. Burnley hat als Aussteiger 100 Millionen ausgegeben. Ja, und es war trotzdem zu wenig. Was wird taktisch next big thing werden? Die Jungs von Calcio haben gesagt, dass alles zyklisch passiert. Was denkst du, kommt taktisch definitiv wieder, was aktuell noch veraltet ist? Was heißt denn, dass alles zyklisch passiert? Ich rede mit vielen, das ist ein heiß diskutierendes Thema, mit vielen Kollegen, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, das ist zyklisch, was soll das denn heißen? Dass du heute mal so spielst und morgen mal so, oder was? Und dann wieder. Vielleicht, dass es mal so Phasen gibt, wie jetzt ist der Guardiola-Barca-Ball gerade im Trend. Jetzt ist gerade der Pep Guardiola-Manchester-City-Ball-Brighton-Ball gerade im Trend. Dass es immer so unterschiedliche Phasen gibt, wo sich die Leute daran orientieren, so würde ich die Frage verstehen. Also wahrscheinlich meinten die das so. Ich habe das Video nicht gesehen von den Jungs. Vielleicht so im Meterzyklus von 20 bis 30. Ja, okay, verstehe. Dressing jetzt einfach. Das ist schon kommt wieder. Naja, es wird ja immer, das ist ja aber, also das ist ja jetzt kein neuer, das ist ja jetzt kein neuer Trend. Nee, das meint ihr ja, dass ein alter Trend wieder zurückkommt. Ja, aber das ist, aber du wirst ja, also ich wurde ja nach einem neuen Trend gefragt, um dann zu sagen, warte mal, dann ständig, ja, aber das ist doch, also, verstehe mich nicht falsch, das ist ja jetzt keine, das ist jetzt keine neue Erfindung. Also du fragst nach neuen Trends und sagst dann, es passiert alles zyklisch, aber das ist ja kein neuer Trend. Sondern das ist doch immer so. Also irgendwer erfindet was, also gibt was Neues und dann versucht der Rest eine Antwort darauf zu finden. Also das ist, seitdem ist Fußball, also, hä? Aber, was als Trend kommen wird, bin ich mir sehr sicher. Also dieses Jahr, fand ich, war der Trend, ähm, sehr krass, Linien öffnen und Tempowechsel. Äh, das ist ja sowieso, also, die Trendspieler, Trendprofile sind, äh, Ballcarrier und die sich ja was Pressing triggern und so. Ich glaube, was viele Teams zur neuen Saison passieren, äh, Alter, ich kann nicht mehr reden, ey. Was viele Teams zur neuen Saison versuchen werden, ist, in den Druck reinzuspielen und weniger zu, äh, und weniger versuchen, das zu umschiffen. Also so ein bisschen Leverkusen-Like. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Nee, du musst dich dafür nicht entschuldigen. Ich hab nur die, ich hab gerade an, also, ich hab mich gefragt, was Calcio Berlin erzählt hat in dem Video und nicht, was du für eine Frage stellst. Ich hab deine, also ich hab deine Frage grundsätzlich verstanden, ich hab nur nicht das verstanden, was Calcio Berlin erzählt hat. mit, also, aber alles gut. Ja, zyklisch ist vielleicht auch falsch in dem Zusammenhang, weil es ja immer darum geht, etwas Altes zu implementieren und etwas Neues daraus zu schaffen. Das ist ja meistens das, was passiert, ne? Ja, aber du, das Ding ist, du kannst ja im Fußball, also du hast ja nur elf Spieler, ne? Also du kannst ja jetzt dir nicht einen Zwölften noch dazu erfinden und ich finde, dass der Fußball im Kern schon sehr krass ausgereizt ist, ne? Ja, dann passt es ja mit zyklisch. Ja, ja, das ist, aber das ist, das ist ja schon, also das ist doch aber schon immer so, also das, egal, egal, ob es irgendwann, äh, vor Guardiola selbst als irgendwo noch auf irgendwelchen, was weiß ich, Wiesen gekickt wurde, da hat irgendwer was gemacht, was zwei, drei Teams nachgemacht haben und irgendwer hat versucht, darauf eine Antwort zu finden. Das ist ja, das ist ja immer so. Das ist ja nichts Neues dann, also das ist ja nur etwas, wodurch es entsteht. Und ich glaube, es ist schwieriger zu prädikten, was als nächstes passiert, als zu sagen, ja, es ist immer im Zyklus, ja, das ist ja klar. Was ist dein, ich habe das mit Nico gemacht, pass auf, das mache ich jetzt mit dir, auch wenn es nicht im Chat steht, wobei die eine Frage stand im Chat, Geheimfavorit EM? Er ist superschwierig, ich habe mir da extrem viele Gedanken gemacht, weil ich gerade... Hast du dir mal den Turnierbaum angeguckt? Ja, ich habe es sogar mal durchgespielt, tatsächlich komplett. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, wenn du Europa... Wer ist bei dir Europameister geworden? Italien. Bei mir ist Deutschland Europameister geworden. Echt, ja? Gegen wen im Finale? Ich glaube sogar gegen Italien. Auch gegen Italien, ja? Ja, war bei dir auch Deutschland-Italien, Finale? Ja. Bei mir war es nämlich auch und bei mir ist Deutschland Europameister geworden. Ja gut, dann hast du eingeschätzt, dass wir gegen Italien gewinnen. Ich habe leider was anderes eingeschätzt, aber das war auch mein Finale. Ja, also das Ding ist, ich glaube Italien ist krass underrated, weil die bei der WM nicht mit dabei waren. Ja, und weil die, wenn du jetzt nur nach individuellen Spielern guckst, gibt es sicherlich Kader, die krasser sind. Aber die haben einen krassen Trainer und du weißt, was bei Italien im Turniermodus passieren kann. Mhm. Die haben, also Spalletti, geiler Trainer, die haben jetzt gegen die, also ich sage dir ganz ehrlich, ihr werdet alle lachen, aber ich glaube, die Türkei wird nicht so scheiße sein, weil die sind, ohne Scheiß, ich glaube, die werden nicht der ewige, ewige Dark Horse, der aller Turniere, aber ich habe mir den Kader mal im Detail angeguckt, der ist echt gut, also ohne Scheiß jetzt, der ist wirklich gut. Und auch, ich habe mir nämlich, mir wurden alle Statistiken zugeschickt von der Türkei in der Quali, die waren richtig gut, und, also ehrlich. Wie haben die ihn als Trainer jetzt? Die haben einen Italiener, glaube ich, Vincenzo, heißt der, Vincenzo, Mon, ich bin so scheiße mit Namen, Montea, der war vorher, ja genau, der hat Adana Demesport trainiert in der Türkei, war davor bei Florenz, Sevilla, Mailand, vorher nur in Italien gewesen. Aber gut, also die haben wirklich keinen schlechten Kader, ich bin hier mal durchgegangen, guck dir mal den Kader an von der Türkei. Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren. Ich gucke jetzt mal. Aber auf jeden Fall krass, wie einfach Mourinho, Mourinho zu Fenner geht, aber irgendwie passt es auch, oder? Ich finde, der Typ hat so doll an Aura verloren. Ich finde, das ist der Trainer, der am meisten an Aura verloren hat. Ja, aber ich finde, weil er ja auch ein bisschen veraltet ist mit seinem Stil, passt er, also das hört sich jetzt voll Asi an, aber passt er perfekt in die Türkei. Ja, Guck mal alleine. Weil er die Leute halt auch einfach begeistern kann. Ja, das stimmt. Die haben im Tor, ich weiß nicht, wer der Stammtorhüter ist, ich glaube, der Chaki ist Stammtorhüter, oder? Von Trapswang. Das kann ich dir nicht sagen. Der ist, Brüchenalp. Ja, wo ist er, wenn man ihn braucht? Die haben, wenn ich krass unterschätzt finde, ist diesen Badakchi von Galatasaray in der Innenverteidigung. Den finde ich echt gut. Kannayhan, solide, Amedjan Kaplan, finde ich auch sehr gut. Meri Demiral habe ich nicht. Ja, du weißt halt bei Demiral und so nicht, also, was können die jetzt leisten? Der ist jetzt auch seit einem Jahr in Saudi-Arabien, ne? Ja, ja, bin ich voll dabei. Da, Kabak hat übrigens irgendeine schwere Verletzung, habe ich gelesen. Kreuzbandriss, ja. Ach, Kreuzbandriss sogar, ja, der fehlt. Aber, ich sag mal, wenn du, also, Badakchi spielen lässt, eventuell kann Ayhan, weil der spielt auch gut bei Gala, und dann hast du, also, Cardiolo brauche ich, also, Cardiolo brauche ich nichts sagen, der Typ ist echt krass, ne? Kann sowohl links als auch rechts spielen. Seki Celik habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, aber dann gibt es ja noch diesen Mert Müldür von Fenner, ich finde halt ihre Mittelfeld gut, ne? Mittelfeld ist krass. Cardiolo spielt eine krasse Saison, da hast du, gut, Kökči hat Probleme gehabt bei Benfica, aber kannst du immer reinwerfen. Dann haben sie, äh, Östcan, Arne Güler, finde ich sehr gut. Ja, Güler, Östcan, äh, Usun, der wird jetzt nicht die Rolle spielen, aber, ähm, und dann vorne noch, ähm, äh, wie heißt der hier vorhin? Kenan Yildiz. Juve. Kenan Yildiz von Juve. Yildiz, ja. Der ist sehr gut, dann haben sie hier, wen ich auch mag, der ist echt gut um eins gegen eins, äh, Aktyu Koglu von Gala. Mhm. Äh, Baruch Yilmaz mag ich auch. Das ist doch der, den alle immer so krass abhaten, wo ich meinte, hä, warum haten die den so? Ich finde den eigentlich echt richtig gut. Ja, ich finde, ich finde, ich finde beide, also ich finde beide Flüge gut. Dann haben sie, äh, Ceng Tosun ist auch immer noch dabei. Ja. Eigentlich ist auch dieser Irfan Can nicht schlecht. Ja, ja, die sind auch, auch hier, die sind, die haben diesen ganz jungen, diesen, den Namen kann ich immer nicht aussprechen. Semi, also von, äh, Besiktasch, den ganz jungen Stürmer, den 18-Jährigen. Ach so, ja, ähm, Demir Sergen immer gesagt hat, wie krass der ist, ja. Ja, der hat halt, der hat 14 Scorer gemacht, ne? Mhm, der ist echt krass. Aber warum haben die eigentlich Irfan, äh, auf Sturm gesetzt, hier bei Kicker? Das ist eine gute Frage, oder? Ja, also, also so ein bisschen hängend hat ich denen auch. Also, ich finde, also das ist halt, ich finde, bei denen gilt ganz viel, was auch für Deutschland so ein Teil gilt, bei denen muss alles zusammenpassen, damit die eine gute EM spielen. Was halt auch noch ein sehr, sehr junger Kader ist. Aber könnte schon ein Turniermodus, könnte schon was entstehen. Die haben aber, glaube ich, die haben die nicht eine schwierige Gruppe? Da hat mich alles täuscht. Türkei hat Georgien, Portugal, Tschechien. Also, du könntest Dritter werden, als viertbester Dritter, oder du setzt dich halt gegen Tschechien durch, würde ich sagen, weil meine Überraschungsmannschaft, auch wenn es keine Überraschung an sich ist, aber ist Portugal. Weil Portugal... Überraschung? Er hat erstmal den Kader gesehen. Ja, aber weil Portugal die letzten Jahre vielleicht nicht so über... Aber der Kader ist zu krank. Also, bei mir ist auch Portugal im Halbfinale und scheitert gegen Deutschland. Und für mich ist Rafael Leao, wird der Spieler des Turniers werden, habe ich mich festgelegt. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Bleibe ich auch dabei, krass ist das Spiel, den ich jemals live gesehen habe. Man guckt dir mal diese Offensive an, wie unterschiedlich diese Spieler auch einfach sind. Die haben Leao, die haben Neto, Felix, Ramos, dann haben sie Jota, okay, Ronaldo, Bernardo, Silva, dann im Mittelfeld Vitinha, Neves, Nunez, Palinja, Jao Neves und Bruno Fernandes. Abwehr, okay, in Verteidigung spielt einfach der 41 Jahre alte Pepe. Nee, der spielt nicht mehr. Der spielt doch niemals mehr. Die haben doch diesen... Ja, Romia spielt mit, wie heißt der, von... Johan Neves von Benfica und Palinja, hätte ich jetzt gesagt. Die haben doch diesen Antonio Silva in der Innenverteidigung, der ist so gut. Ja genau, dieser 20-Jährige spielt. Beide von Benfica sind richtig krass. Johan Neves, Antonio Silva, das einzige Bruchpotenzial bei dem besteht, auf den Außenverteidiger-Positionen. Wir haben halt Cancelo, der ist halt viel zu offensiv. Dann haben sie... Achso, weil Guerreiro jetzt auch noch fehlt, ne? Guerreiro fehlt. Ja, sie haben... Wen haben sie denn noch als Alternativen? Das ist das einzige, Dallot und... Wir haben Semedo, Nuno Mendes und Cancelo. Nuno Mendes ist krass. Aber ist halt sehr offensiv, ne? Beide sehr offensiv. Also, wenn du mit Cancelo... Du kannst ja mit Cancelo und Nuno Mendes spielen, dann spielst du eigentlich mit einer Zweierabwehr. Aber die hast du als Überraschung? Ja, weil die sehr abgehen werden. Also für mich, die könnten für mich eher Enttäuschung werden, weil mit dem Kader musst du mindestens in die Halbfinale kommen. Enttäuschung wird England. Jo, die habe ich ganz oben auf der Liste. Hast du den Kader gesehen? Ja, weil der Kader zu krass ist, aber... Hast du gesehen, wie der nicht nominiert hat? Ich muss mal gucken, ich hoffe bei Kicker... Ich kann dir den finalen Kader vorlesen. Also, Ben White wollte selber nicht, ne? Ja, er hat Madison zu Hause gelassen. Also, warte, ich lese dir vor. Wir gehen von hinten nach vorne. Er hat im Tor nominiert. Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale in der Verteidigung, Louis Dunk, Joe Gomez, Mark Guier, Esri Konser, Luke Shaw, der nicht fit ist, John Stones, Trippier, Kai Walker. Witzig, im Mittelfeld ist gelistet Trent Alexander-Arnold, den spielt er auf der Acht. Conor Gallagher, Kobe Mainou, Declan Rice, Adam Wharton. Also, er hat da, also Madison zu Hause gelassen. Wo bist du denn gerade? Wo hast du denn den Kader her? Das ist der offizielle Kader hier von... Okay. Jetzt haben sie so gepostet. Ich bin da bei Kicker. Sie haben vorne nominiert, das ist dann halt krass. Obwohl auch da, Jude Bellingham, Jared Bowen, Ezeh, den Vornamen kann ich nicht aussprechen, Eberichi heißt, Eberichi, Ezeh, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, krank, Alter. Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Oli Watkins. Also, das ist schon sehr gestört, aber das ist meine Enttäuschung der EM. Er hat Rashford zu Hause gelassen, er hat Madison zu Hause gelassen, Sancho war klar, dass er den zu Hause lässt. Er sprengt das erste Mal seinen Innenverteidiger, Du, weil er Maguire zu Hause gelassen hat. Die hat er... Was? Ja, Maguire ist nicht mit dabei. Aber okay, dann stimmen die Kader hier nicht bei Kicker. Nee, Maguire hat er zu Hause gelassen. Echt? Grealish hat er zu Hause gelassen. Tomori, stimmt. Aber Luke Shaw ist doch eh verletzt, habe ich gelesen. Ja, das ist... Die haben aber keinen Linksverteidiger. Es gibt keinen anderen, der das spielen kann. Die spielen ja mit Trippier auf links. Trippier links und rechts Kai Walker. Ja, okay. Loftis Cheek haben sie, stimmt. Tomori, Loftis Cheek haben sie zu Hause gelassen. Grealish, Rashford, Maguire, Madison, Branthwaite, Ward-Prowse. Ja, gut. Das ist halt Spezialist. Aber ich finde, der Kader hat Bruchpotenzial auf jeden Fall. Nee, weil er eigentlich offensiv, also Mittelfeld bis Sturm zu geisteskrank ist. Aber Abwehr ist wirklich nicht krass. Das wird denen auch das Genick brechen. Und Torwart ist auch nicht krass. Ja, doch. Also das läuft voll unterm Radar. Jordan Pickford hat eine richtig krasse Saison gespielt. Ja, aber auf... Also vergleich den... Okay, wenn wir jetzt die besten Torhüter nehmen. Neuer. Wen haben wir bei Portugal? Rui Patricio? Nein. Diogo Costa Ja, von Porto. Okay, Diogo... Der ist so krass. Ich bin immer noch schockiert, dass du dir als... Italien... Ich bin immer noch schockiert, dass du dir als Dings als Überraschung hast, Portugais. Da bin ich richtig schockiert. Italien, Donnarumma. Ja. Frankreich, wen haben wir da? Mania. Belgien, Courtois. Spanien haben wir... Unai Simon. Also von welchen dieser Teams findest du Pickford besser? Ja, das... Ja, er ist... Also im Top-Tor-Hüter-Vergleich ist er schon mit der Schwächste, aber er hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Also er ist der beste englische Keeper. Also Nick Pope hat das Pech gehabt, dass der verletzt war, weil Kreuzer gab. Der war besser ja von Newcastle. Ja, okay, wenn du Portugal nicht nimmst von mir als Überraschung... Dann musst du Österreich nehmen. Ja, Österreich. Aber das Problem ist, in meinem Turnierbaum haben die halt früh verkackt dann. Ich glaube, die schmeißen Niederlande raus. Meinst du, ja? Niederlande hat halt einen scheiß Trainer. Und halt Kurmann. Ja, stimmt schon. Also ohne Flachs jetzt Portugal, das würde mich... Also wenn die nicht mindestens mit dem Kader bis ins Halbfinale kommen, was fiegt denn da bei dir rum? Da kriege ich Angstschweiß. Ja, ich auch. Warte mal, ich muss mal schnell ins Halbfinale machen. Mein Hot-Tag, Frankreich mindestens Halbfinale. Oh Mann, eine Motte, Alter. Ja, Portugal war doch aber die letzten Jahre nicht mehr so erfolgreich. Ja gut, die haben die letzte EM, glaube ich, gewonnen. Nee, Frankreich hat die EM gewonnen, die letzte. Oder? Nee, Italien bin ich voll... Komm, ey, ich bin zu dumm heute. Die letzte EM? Hat Italien gewonnen, in England, gegen England. Wann haben die gewonnen? Die haben 2000... Wann hat Portugal die EM gewonnen? Die ist immer noch drin, die Motte, kriege ich Angstschweiß. Ja, ich kriege die jetzt auch nicht weg. Äh... Boah. Italien hat die letzte EM gewonnen. Italien hat die letzte gewonnen und die davor hat auch Portugal gewonnen, oder? Ja, Kroatien... 2016 hat Portugal gewonnen. 16, stimmt. Ja. Hot take. Deutschland schafft die Gruppe. Äh... Wie sieht eure Portugal-Startelf aus? Ja, ich glaube, das ist relativ easy, oder? Das ist nicht so easy, weil es so viele geile Spieler gibt. Ja, er lässt... Er lässt halt immer... Also vorne werden spielen die drei... Es geht ja um unsere. Ach so. Also im Tor ist klar, Diogo Costa links, äh... Nuno Mendes, rechts Cancelo. Ja. Innenverteidigung, entweder Ignacio oder Silva und Ruben... Ruben Dirsch. Auf der Sechs wird Palinja spielen als Absicherung. Dann habe ich ein Achter, ähm... Bernardo Silva. Und... Gucken wir da noch so... Vitinha. Willst du Ruben Nevesch? Weil er jetzt ein Jahr bei... Wo war der? Ja, der ist... Al Hilal? Al Hilal, ja. Aber Ruben Nevesch ist schon ein krasser Typ. Matthäus Nunisch ist auch nicht schlecht. Oh gut, oh nee, warte mal. Du musst mit Bruno spielen. Warte mal, das heißt... Ähm... Ach, jetzt weiß ich auch, warum er immer Bernardo Silva als Pressing-Flügel wieder spielt. Macht Sinn. Ja, warte mal. Dann spielen bei mir Dreier-Mittelfeld, Palinja, Vitinha, äh... Bruno Fernandes und vorne Leao, Ronaldo, weil er... Ich würde... Nee, nicht Ronaldo, Digga, aber Ramos. Der hat die meisten Tore in der Quali geschossen. Ja, aber würde ich trotzdem nicht machen. Und ich bin der größte Ronaldo-Fan, würde ich trotzdem nicht machen. Ich würde, äh... Vorne Leao, Ramos, muss... Dann musst du Bernardo Silva, dann muss... Ich will eigentlich nicht Felix und, äh, Jota auf die Bank setzen, aber muss ich dann machen. Ja, Jota hat eine... Ich glaube, der war viel verletzt, ne? Ja, aber er ist trotzdem ein krasser Spieler, aber... Ja, ja. Felix könnte man eigentlich... Das Problem ist halt, er ist so ein Freigeist, aber ich finde, Joao Felix, äh, selbst wenn ich ihn hinter den Spitzen hab, ist ja brutal. Viel geiler als Bruno Fernandes, aber du brauchst halt... Du kannst halt nicht... Du kannst halt nicht mit vier gefühlten Stürmern spielen. Nee, das geht nicht. Also, ich... Der wird Startelf wird 100%. Das Mittelfeld wird Palinja, Bruno, Vitinha und vorne werden spielen. Ronaldo, Bernardo und Leao, die drei vorne und dann hast du Verteidigung, entweder, wie gesagt, Inacio oder Antonio Silva, bin ich mir nicht so sicher, wer von denen startet, neben Ruben Diersch. Ich kann mir nicht... Also, der wird doch nicht noch mal eine EM mit dem einviertierigen Pepe spielen als Stamm-Innenverteidiger. Ich würde es nicht ausschließen, ohne Witz. Das kann er nicht machen. Wie viele Spiele hat er in der Saison gemacht? Alle. Der hat alle Spiele bei Porto gemacht, ja? Ja. Ich glaube, der war Stammspieler. Ey, das ist so krank. Der ist einfach 41 als Innenverteidiger. Der ist noch todeschnell, ne? Wirklich? Der hat nicht alle Spiele gemacht. Der hat 22 Spiele gemacht. Aber hat... Warte mal. Von 22 Spielen in der Liga hat er 22 Startelf-Einsätze gehabt. Ja. Den Rest war er nicht im Kader oder verletzt. Der ist auch Kapitän bei Porto. Ja, ja, aber der Vertrag wurde jetzt nicht verlängert. Der will aber trotzdem, glaube ich, weiterspielen. Das ist so ein Ciroberto, der spielt mit 50 noch, Alter. Ja, feiere ich voll. Aber der ist schon crazy, Alter. 41 bis er einfach einen Rentenschein bekommt. Wahnsinn. Champions League hat ja auch sieben Spiele gemacht und zwei Tore. Rate mal bitte den PPDA, also Passes per Defensive Action Wert von Österreich in der Quali. Was ist denn der... Sag mir... Was ist denn da das Gute? Also, je niedriger der Wert ist, desto besser. Erklär mir den nochmal kurz. Also, wie viele Pässe lasse ich zu, bis ich den Ball erobere im Durchschnitt? Von Österreich in der Europameisterschafts-Quali? Ja. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, da hattest du gesagt, City hat irgendwas mit 8,3 gehabt. Ja. Wem war Österreich in der Gruppe? Keine Ahnung. Kann ich dir sagen, warte. Die waren in der Gruppe mit Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland. Na gut, also das ist vielleicht auch kein Wert, den man normalerweise erzielen kann. Also ich sag, ich geh jetzt mal mit dem Wert, den du für Manchester City rausgesucht hast. 8,3 oder was das waren? 8,6 haben die. Ja gut, aber die spielen ja auch krass im Fußball. Bitter ist halt bei denen Alaba und Xaver Schlager. Ja. Das ist halt echt bitter. Und die Gruppe, ich muss nochmal kurz die Gruppe. Die haben eine richtige Krachergruppe mit Frankreich und Niederlanden. Ja. Aber die können ja auch als Dritter weiterkommen. Ja, aber das ist schon schwer. Also die müssen ein Spiel gegen die Kracherteams gewinnen. Wen haben die denn als Stammtorhüter? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, heißt der Pence? Ja, dann ist der Stammtorhüter. Leiner, haben die den nominiert? Ich glaube, ja. Ja. Pence ist Schlammtorhüter. dass die Bundesligaspieler da einfach sind, ne? Ja, aber auch, guck mal, ich finde den Kader, die haben Kevin Danzo, finde ich brutal, von Lanz. Philipp Lienhardt ist super. Lienhardt ist super. Leopold Querfeld ist ein super Talent. Posch, Leimer. Leimer, Sabitzer, Seilwald, Baumgartner. Schmied hat eine gute Saison gespielt. Ja. Wimmer. Ja, Gregoritsch ist auch den, also Marco Anotovic kannst du auch nicht totkriegen vorne. Nee. Die sind, an sich würde man jetzt nicht sagen, ist eine Top-Mannschaft, also ich kann es jetzt nicht mit Portugal oder so vergleichen, aber die sind underrated. Die sind doch underrated. Die Gruppe ist das Problem. Ich sage, Frankreich wird richtig Probleme mit denen bekommen. Richtig Probleme. Wen hat in Frankreich alles zu Hause gelassen? Also, warte mal. Er hat auf jeden Fall, ich finde es krass, dass er Saliba gebencht hat, ne? Der spielt, äh, Upamecano und Konate in der Innenverteidigung. Boah. Aber ich finde es geil, dass er Konate wieder nominiert hat. Aber häufig irgendwie findest du auch Upamecano irgendwie mit weniger Fehlern in der Nationalmannschaft oder kommt es einem nur so vor, weil man nicht jedes Spiel sieht? Ich sage dir, ich habe nur Aktien in denen, ich mag den. Also, ich finde, mir kommt es immer zu kurz hin, nur anhand seiner Fehler zu bewerten, ich mag den. Ich finde ihn auch krass. Guck mal, dieses Tempo, was er in der Tiefenverteidigung hat, Zweikampfstärke, der ist nicht ohne Grund Innenverteidiger bei Frankreich, aber Saliba zu Hause nicht zu nehmen für Konate. Okay, ich habe nicht genug Liverpool-Spiele gesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Er hat auch viel verletzt, wie immer. Ja. ich bin mal echt gespannt, genau, Olyssé hat der zu Hause gelassen? Hm, Kroatien, dein Favorit. Franzose? Wer? Olyssé, ja, ja. Von Crystal Palace? Ja. Ich dachte, der wäre von der Elfenbeinküste. Hat der einen Coman nominiert, weil der ist auch noch verletzt, oder? Ist der nominiert? Ja, ich habe ja hier anscheinend nicht die richtigen Kader. Also die haben auf jeden Fall ... Also, Hernández ist verletzt. Ja, Luka Hernández ist klar, ja. Die haben schon auch eine kranke Mannschaft. Das Kranke bei denen ist halt, du kannst wirklich aus den Nicht-Nominierten auch noch eine krasse Mannschaft machen. Ja, das ist so verrückt. Das ist so krass. Ich finde es halt geil, dass Giroud einfach wieder nominiert ist. Das ist einfach der Underrated-Stürmer auf All-Time. Wo ist denn der jetzt? Der ist doch irgendwo USA, oder wo ist er jetzt? LA Galaxy. LA Galaxy. Auch LA? Wie Marco Reus. Er geht auch zu LA Galaxy. Marco Reus will auch zu LA Galaxy. Geil, mit Ricky. Laut Pläti. Oh. Wann gibt es den grünen Haken von Pläti? Kommt bald. Verlorm und die. Wie kann der Nationalspieler sein? Ich finde den so schlecht. Verlorm und die. Rechtsverteidiger haben sie. Die haben nur Innenverteidiger auf rechts. Und Jonathan Kloos haben sie auf rechts. Der ist auch zu krass, dieser Karriereweg von ihm. Ja, das ist verrückt. Die Offensive ist so unfair, ey. Ja. Alter. Dembélé, Mbappé, Thuram, Kodumwani, Griezmann, Giroud. Junge, wen die einfach alles nicht nominiert haben. Zu krass. Stimmt, der hat noch 25 nominiert. ne? Ich bin da, irgendwie finde ich das bei dieser EM echt scheiße. Anscheinend ja jetzt auch der Kicker, dass die nirgendwo die aktuellen Kader haben. Ich muss man jetzt immer. Weil bei Transfermarkt haben sie es nicht, bei Kicker anscheinend ja auch nicht. Guck mal auf die, ich glaube, du musst auf die Dings gehen. Auf die. Auf die EM-Seite da, ne? Ja, oder auf die Verbandsseiten. L'Equipe. Wie heißen die denn? France. Ja. Kloz ist der deutsche Mittelstädt, aber wirklich, Alter. Wie heißen, wie heißen die, wie heißen die Twitter-Seite von Frankreich? Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Okay, viel wichtiger als unsere Fachkenntnis. Sag mir mal jetzt, bitte, guck dir mal alle Trikots an und sag mir mal deine Top 3. Alle Trikots? Ja, Heimtrikots natürlich. Jetzt wird es aber, warte mal. Wo finde ich denn alle? Gib einfach ein, alle EM-Trikots 2024. Ich glaube, das Einzige, was nicht 100% klar ist, ist Ukraine wegen dem Ausrüster. Ah, alle spürt zum Turnier. Anien. Boah, Belgien sieht geil aus. Das Auswärtstrikot von Belgien ist ja so heftig. Dicker, Belgien ist zu krank. Also beide Trikots. Also beide sind ja richtig heftig. Dänemark sieht aus wie ein Handball-Trikot. Dänemark ist eine absolute Katastrophe. Sieht aus wie aus 1990, aber so richtige Billow-Version, wo du die Riemer als Ausrüster hattest. Deutschland, finde ich beide geil, weißt du ja. Ach du Scheiße, das von England sieht ja so scheiße aus, das Auswärtstrikot. Was? Das ist das krankeste Auswärtstrikot? Das Dunkle? Ja, das ist doch nicht geil. Ey, das ist geisteskrank, Alter. Das sieht aus wie ein Trainingsshirt. Nee. Also das Heimtrikot finde ich noch okay, das Auswärtstrikot ist total hässlich. Das Auswärtstrikot ist absolute Nummer eins. Frankreich ist ein Banger-Trikot. Frankreich ist krank. Frankreich ist ein Banger-Trikot. Georgien ist komplett bodenlos. Was ist denn das für ein Ausrüster? Georgien sieht aus wie so ein, wenn du dir einen Verein erstellst, bei FIFA-Karrieremodus. Ja. Italien sieht auch geil aus. Zu geil. Ja. Auswärtst finde ich nicht so geil. Heim finde ich geil. Kroatien sieht total scheiße aus. Aber ich finde das Kroatien-Trikot besser als normalerweise. Na, feiere ich nicht. Nee? Niederlande geht auch gar nicht. Auswärtstrikot ist cool. Niederlande sieht doch übergeil aus. Heimtrikot? Hast du mit Virgil van Dijk das Bild? Nee, ich habe hier es mit einem... Also auf dem Bild... Ich gucke mal drauf an, wer es trägt wahrscheinlich. Österreich finde ich ganz cool, ehrlicherweise. Nee, mag ich nicht. Ich mag die Muster da drin. Auswärts geht gar nicht. Polen ist einfach... Also unkreativer geht es gar nicht. Ich finde Polen übelst geil. Weißt du warum? Ich liebe das, wenn die in der Mitte diese Logos haben. So fett. Ja, aber das... Ich finde irgendwie, das ist so... Weiß nicht... Auswärts finde ich eigentlich so cool. Portugal sieht halt aus wie immer. Aber auswärts ist geil, Portugal. Aber Portugal sieht trotzdem gut aus. Ja, ja, aber es ist halt nichts... Es ist nichts Besonderes. Rumäniens... Mann, Schottland sieht... Auswärts Schottland finde ich geil. Ich finde Schottland... Heim, von weit weg sieht es vielleicht gut aus, aber es ist mir zu durcheinander irgendwie. Aber auswärts sieht cool aus. Dieses Babyblaue. Schweizheim. Anweilig. Auswärts geht gar nicht. Serbien. Haben die schon mal ein anderes Trikot gehabt? In Serbien feiere ich auch nicht optisch. Sieht aus wie... Slowakei-Trikot. Oder Tschechien-Trikot. Gott, aber Slowakei sieht auch bodenlos aus. Ja. Slowenien. Aber Rumänien finde ich hat irgendwas. Armenien? Rumänien. Rumänien. Ob wenn ich gelbe Trikots eigentlich nicht mag, aber irgendwie hat das was, weil die so einen Kragen haben. Spanien. Boah, das Auswärts-Trikot von Spanien ist ja ultra geil. Auswärts-Trikot ist geil. Heim-Trikot feiere ich nicht. Ja. Gehe ich mit. Tschechien geht gar nicht. Nee. Heim- und auswärts geht gar nicht. Wenn ich das Auswärts-Trikot sehe, muss ich an Jan Koller denken. Ist das gut oder schlecht? Äh. Ja. Türkei-Heim. Alter. Also warum sind die denn so unkreativ? Warte mal. Ungarn-Trikot finde ich ganz cool, ehrlicherweise. Das finde ich auch, ey, habe ich auch gesagt. Diese drei Dinger hier und dieses Weinrot sieht gut aus, ne? Feiere ich auch. Auswärts finde ich nicht so geil. Also meine Top 3. Warte, warte, warte. Ich will die kurz einblenden, weil die schon gefragt haben, dass wir mal das einblenden. So. Ich bin jetzt bei, wo warst du? Ich bin bei Watson. Ah, okay. Warte mal. Ich bin bei 90, genau. 90 Min. 90 Min? Ja, dann bin ich noch mal kurz zurück. Nee, weil ich bin auch, ich bin jetzt auch auf Watson. Ich bin auch auf Watson. Okay, geh mal auf Watson und sag mal deine Top 3. Gruppe A. Also, für mich in den Top 3. Nur Heimtrikots oder alle? Nur Heimtrikots. Ah, okay. Ja. Also auf 3 habe ich Italien. Feiere ich komplett. Ja. Richtig geil aus. Das sind meine 2. Obwohl Slowenien angezogen, sieht geil aus, ehrlicherweise. Slowenien ist das, was aussieht wie Elversberg, wa? Ja, aber es sieht geil aus irgendwie. Also bei Cheshko sieht es geil aus auf dem Bild. Es kommt immer darauf an, wer es auch trägt. Erst hat mich dieses Trikot irgendwie voll abgeturnt, wegen diesem Strich. Aber dann dachte ich so, boah, irgendwie hat das schon was Cleanes. So All-White. Auch dieses Muster im Hintergrund. Die Nummern sehen geil aus. Nike als Ausrüster. Dann in der Mitte. Das sieht halt aus wie ein Ausrüster irgendwie. Aber wie Werbung. Aber es hat schon was, ja. Also bei Van Dijk ballert das Niederlande Trikot wirklich, ne? Ja, oder? Ja, es ballert. Also ich finde das Ausrüster-Trikot geiler. Ich finde es jetzt irgendwie. Hier ist Van Dijk. Da sieht es schon krass aus. Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Schlafanzug, aber schon krass aus. Ja, da sieht es krass aus. Also Frankreich muss auch mit rein. Also auf 2. Frankreich. Frankreich ist zu krass. Ich kann es leider nicht kaufen. Aber du musst dir mal, ähm, gib mal Frankreich-Trikot ein. Diese Hosen, diese Stutzen sind zu krass. Ich kann es halt einfach nicht kaufen, aber ich würde es echt gerne haben. Sieht so geil aus. Also ich sage dir, für mich, das mit Abstand geilste Trikot im ganzen Turnier ist auswärts Belgien. Das ist so krass, das Trikot. Also nee, es geht ja nur Heimtrikots jetzt. Ja, ja, alles gut. Also bei mir war Belgien auf 1. Ja, Belgien ist auch bei mir auf 1. Sieht so geil aus. Also beide Trikots sind so, sind absolute Bretter. Was hast du als hässlichste Trikot? Bei mir ist es auf 1. Sage ich, wie es ist. Georgien. Ja. Boah, Belgien sieht so krass. Also beide Trikots sehen so krass aus. Dieses Weinrot, äh, boah. Brutal. Mit diesem, ähm, Monogramm noch so im Hintergrund. Feier ich voll. Slowakei-Trikot. Ist halt auch bodenlos. Weil das Trikot sieht aus, als ob du es beim Einkaufen mit dazugekommst. Welches? Schweiz. Guck mal, es sieht aus wie so ein Check 24 Trikot. Guck mal Slowakei. Slowakei, welche Gruppe ist es? Ach, Slowakei, warte, ich hab's. Ich fühle mich aus wie ein Schwimmertrikot bei Olympia irgendwie. Das sieht so... Michael Phelps hätte damit auch schwimmen können. Aber Belgien ist so krass, ey. Aber zum Beispiel Tschechien finde ich wirklich halt auch geisteskrank langweilig. Ich krieg immer noch irgendwie eine Psychose, wenn ich Matty Cash im Polen Trikot sehe. Ist für mich komplett surreal. Ja, das ist wirklich völlig crazy. Aber ich muss schon sagen, also Georgien ist wirklich absolut bodenlos. Das sieht wirklich aus, das sieht aus wie das Trikot, was 10 Euro kostet und wo es bei 11 Teams was nochmal 20% Rabatt drauf gibt. Ey, das ist so eine Frechheit, dieses Trikot. Ich hab das vorher nur gesehen, ohne die Nummer vorne drauf und dachte, ja, vielleicht sieht es mit der Nummer besser aus, aber es sieht ja mit der Nummer genauso beschissen aus. Guck gar nicht. Wie findest du Albanien? Ganz schlimm. Ich finde Albanien eigentlich gar nicht so schlimm. Ist da so ein Riesenadler da drauf? Ja, rechts. Oder meinst du im Hintergrund? Ne, da in der Mitte, also da genau, was ist denn das da? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber ich mag einfach Polokragen bei Trikots. Ja, ich merke schon. Mit der Georgien Polokragen wären die bei dir auf eins gewesen. Aber Bro, die Italien-Trikots sind, ey, wie schön sehen die bitte aus? So clean, ne? So geil. Mit diesen, ich liebe das halt, wenn die in der Mitte so ein Logo haben, dann ihr Verbandslogo und dann ihren Ausrüster. Ja. Und dann haben die ja beim, also erstmal ist das Blau übelst schön. Ja. Und dann haben die noch auf den Ärmeln die Adidas-Streifen in der Italien-Flagge. Sieht echt krass aus. Ja, bin ich dabei. Ich find auch übrigens, ich find Ungarn auswärts richtig geil. Warte mal, Ungarn auswärts, welches ist das? Gruppe A. Das ist weiß, ja. Aber ich find, ja, find ich auch geil, weil die halt diese drei Logos haben und Adidas in der Mitte sieht echt nice aus. Wie fresh sieht der Typ bitte einfach aus auf dem Bild. Also das sieht mit dem Trikot. Ja. Guter Mann. Aber Heimtrikot find ich noch besser. Echt? Das sieht jetzt, ja, das sieht jetzt hier nicht so geil aus, aber in Wirklichkeit ist deutlich dunkler. Warum ist eigentlich das Schottland-Trikot, das Auswärts-Trikot, was da drüber ist, vor einer Berliner S-Bahn fotografiert worden? Keine Ahnung. Also Spanien auswärts ist aber auch ein Brecher, ne? Spanien, welche Gruppe sind die? C, glaube ich. Nee, B. Welche? B, Gruppe B. B. Heim feier ich nicht. Oh, auswärts ist krass. Auswärts richtig krass. Wenn die Stutzen auch noch so haben, dann ist es sehr krass. Wie findest du Italien auswärts? Ist mir ein bisschen zu wild in den Farben, aber... Ja, ist zu wild, aber ist immer noch eins der Besten, aber ist nicht so krass wie das Heim-Trikot. Also Dänemark ist komplett bodenlos, ne? Also Dänemark sieht sowas von Billo aus, also wirklich wie der billigste Stoff, den du in den 90ern bekommen hast. Ey, aber ganz ehrlich, Serbien heim und auswärts, das sieht aus, also das erste Foto auf Watson sieht aus wie in der Kreisliga aufgenommen, wie wenn der Trainer gerade seine Neuzugänge in der Kreisliga präsentiert, mit neun Trainingsshirts. Das ist es geht. Bapf, bapf, bapf. Aber wirklich, aber Tschechien doch genauso, Alter. Tschechien geht auch in die Erde. Aber ich muss noch mal ganz kurz, ich finde das ist so eine Frechheit, wie kannst du dieses Auswärtstrikot von England nicht feiern? Feiere ich nicht, sieht für mich... Was? Ich finde, es sieht wirklich königlich aus. Ich finde, feiere ich überhaupt nicht. Okay, die Muster da an der Seite sind halt nicht so geil. Ja, generell. Ey, ich finde, das ist doch kein Fußballtrikot, das ist ein Aufwärmshirt. Nee. Belgien-Aufwärmen muss man komplett anschauen. Auswärts muss man komplett anschauen. Ich mach mal kurz, äh, Belgien... ...Auswärts... ...Bilder... ...Oh ja, das ist nicht so geil. Oder irgendwie hat's auch was. Gib mal einen Belgien-Aufwärts. Das ist Tim und Struppi, kann das sein? Wie? Ja, das ist inspiriert von Tim und Struppi, das Trikot. Also, würde ich jetzt mal tippen. Was? Ja. Der hört genau dieselben Farben an. Aber irgendwie find ich's gar nicht so ungeil. Ich find's voll geil. Ja, irgendwie passt die Hose nicht so richtig. Die müssten jetzt eine weiße Hose haben. Krass. Ja, ich find's so aber auch cool. Aber das Auswärtsrikot ist schon gestört, Alter. Dieses Babyblau und dann dieser Polokragen. Ist schon krass. Also, ich feier das komplett. Ach, Tim und Struppi ist aus Belgien, oder was? Das wusste ich auch noch nicht. Geil. Man lernt nie aus. Ich hätte dir das auch getippt. Dann haben wir die wichtigen Themen für heute auch geklärt. Ja. Das wurde das immer durch wieder, wa? Ja, es sind immer noch 280 Leute hier dabei. Vielen Dank für euren Support heute. Für euer Zuschauen. Ähm, ich wünsch euch noch einen zauberhaften Abend. Wir sehen uns nächste Woche nicht am Donnerstag. Wahrscheinlich dann nach dem Deutschlandspiel. Am Samstag dann, denke ich mal. Mhm. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Mal gucken, wer noch mit dabei ist. Wir sehen uns sicherlich vorher schon hier auf Twitch. Beziehungsweise morgen spielt der Deutschland gegen Griechenland. Stimmt. Da mache ich ein Watch-Along auf Knife. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten ist auch genug Content auf YouTube online. Danke für euren Support. Ich sehe wirklich aus wie eine Leiche, Alter. Ich auch, ey. Ich bin so durch, ne? Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bleibt gesund. Bleibt der Hertha treu. Und Benni an dich. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und deinen Impact gebracht hast. Letzten Worte gehören natürlich dir. Ahoi. Ich freue mich auf Christian Fiel. Richtig. Und wir zittern alle vor Bucher Larkes morgen. Ich freue mich auf Christian Fiel.